Oh mein Gott, das war so legendär! So, heute eine ganz spannende Runde GTA! So, Farah, die Tür öffnen! Hä? So, sehr schön, die kamen mir grad richtig gelegen. Ich, äh, tasse sie einmal unter ihren Sitzögenfehlern, ich hoffe sie sind nicht kitzelig, in ihren Hosentaschen? Was, was, was ist das? Die Pillen, was sind denn das für Pillen? Wann nehmen sie die drungen? Für einen Notfall, Medikamentenmissbrauch, damit fängt's an, er ist der legale Shit und irgendwann reicht das nicht mehr. Sie können die gerne nehmen, äh, und die Verpackung durchlesen, äh, Nein, Scheiß will ich tun, sie Junkie. Na los, Personalien checken! Ey, ich bin, ich bin auf dem Weg. Erfahren sie sich, ich bin ein guter Bürger. Sonst Knast, ich mein das ernst mit dem Knast. Oh mein Gott! Äh. Oh mein Gott! No, God! No, God, please, no! 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 Hi Kylie! Du hast angerufen? Ja, und zwar hab ich dich gesehen, dass du fünf oder, äh, Kopf, umzingelt wirst, äh, was war da los? Ich hab kein Plastenschimmer, ich sag's dir, ich, keine Ahnung. Du kriminell? Hä? Bist du kriminell? Dann standen da halt auf einmal zwei Kopfautos hinter mir und die haben mich halt einfach mit einer Waffe angeguckt. Hola, Señora Courtney! Ah, hallo! Wir haben sie gerade gesehen bei den ganzen Koppers. Ah, ja. Sie wollten mal fragen, ob sie ein kriminelles Stück sind. Nein. Sie ist ja. Ja. Wie, also das war's jetzt komplett. Erst erfahre ich, dass du kriminell bist und jetzt klaust du uns doch unseren Stammplatz. Okay.